Duncan Macquarie war ein britischer Schauspieler mit Charakterrollen in Theater, Film und Fernsehen. Er spielte in den 1940er, 1950er und 1960er Jahren auch in zahlreichen namhaften Kinofilmen, darunter in Freut euch des Lebens besiegter Hass einst ein Held, Casino Royale oder Trau keinem über 30. Leben und Karriere Duncan Macquarie wurde 1905 als viertes von sechs Kindern in Glasgow geboren. Sein Vater James Macquarie war zu dieser Zeit in der schottischen Hauptstadt Sertschen bei der Polizei. Macquarie besuchte die Allen-Glenn-Schule und ihm matrikulierte sich an der Universität Glasgow von 1923 bis 1924 für das Fach Maschinenbau, was er aber nicht abschloss. Stattdessen arbeitete er danach hauptberuflich als Lehrer und spielte zuerst noch auf Amateurtheaterbühlen, später dann auch bei professionellen Theater-Ensembles. Er wurde Mitglied der frühen Citizens Theater Company in Glasgow und wurde für seine Leistung als König James VI. in der Aufführung Jamie I. VI. von Robert M. Klellan bekannt. Sein Kinodebüt gab er nach Ende des Krieges schließlich 1947 in einer Nebenrolle in David MacDonald's Drama Die Brüder. In den beiden Folgejahrzehnten spielte er zahlreiche markante Charakterrollen in Kino- und TV-Filmen. 1949 sah man ihn in Alexander Mackentricks Kriminalkomödie Freut euch des Lebens. Unter der Regie von Philip Leacock spielte er 1953 in dem Drama Besiegter Hass die männliche Hauptrolle des Jim Mackenzie. Für seine Rolle dort wurde er mit einer British Academy Film Award Nominierung in der Kategorie bester Hauptdarsteller geehrt. In den 1950er Jahren spielte er weitere Parts in Frank Londers Komödie Ein Schotter auf Brautschau und in der Graham Greene Verfilmung Unser Mann in Havana von Regisseur Carol Reed. In den 1960er Jahren verkörperte er Charakterrollen in Filmen der Regisseure Robert Stevenson, Ronald Niemey, Guy Hamilton, Michael Truman oder Don Sheffay. Zu seinen Fernsehauftritten zählten von 1956 bis zum Jahre 1967 unter anderem ITV Player of the Week, The Vital Spark, Para Handy, Master Marina, Kidnapped mit Schirm, Charme und Melone oder Nummer 6. McRae verstarb am 23. März 1967 im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Glasgow. Auszeichnungen 1954 British Academy Film Award Nominierung in der Kategorie bester Hauptdarsteller für seine Rolle in Besiegter Hass. Filmografie Kino 1947 Die Brüder 1949 Freut euch des Lebens 1950 The Woman in Question 1952 You're Only Young Twice 1953 Besiegter Hass 1955 Gaudi 1958 Rockets Galore 1959 Ein Schotter auf Brautschau 1959 Unser Mann in Havana 1960 Entführt die Abenteuer des David Belfour 1960 Einst ein Held 1961 Grey Frass Bobby The True Story of Hard Dog 1961 Liebenswerte Gegner 1963 Alibi des Todes 1964 Kollege Stirb Kollege Stirb Gleich 1967 Casino Royale 1968 Trau Keinem über 30 Fernsehen 1956 Kidnapped 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 Itv Play of A Week 1958 Itv Television Playhouse 1959 The Vitals Park 1959 1959 Amt 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 Chell Theater 1959 zu 1960 Para Handy Master Marina 1963 Comedy Playhouse 1963 Kidnapped 1963 First Night 1964 mit Schirm Charme und Melone 1964 zu 1965 Dr. Finlay's Casebook 1965 A Slide Case Of 1967 The Wednesday Play 1967 Nummer 6